Was tun Sie, um einen schönen Tag zu haben? Ich mache Spaziergänge in der Natur. Ich trinke Kaffee und lese ein Buch. Ich trinke Kaffee und lese ein Buch. Welches ist deine Lieblingslektion? Welches ist deine Lieblingslektion? Ich liebe Wissenschaft und Experimente. Ich liebe Wissenschaft und Experimente. Im Musikunterricht ein Instrument zu spielen macht mir Freude. Wie läuft Tommys Urlaub? Wie läuft Tommys Urlaub? Sieht so aus, als ob Tommys sich nicht so wohl fühlt. Sieht so aus, als ob Tommys sich nicht so wohl fühlt. Es läuft großartig. Es läuft großartig. Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Welche Art von Musik hörst du? Welche Art von Musik hörst du? Popmusik steigert meine Energie. Popmusik steigert meine Energie. Rockmusik. Ich liebe Rhythmus. Rockmusik. Ich liebe Rhythmus. Kann ich das mal ausprobieren? Kann ich das mal ausprobieren? Alle Proberäume sind voll. Alle Proberäume sind voll. Sie können die Kabine auf der linken Seite nutzen. Sie können die Kabine auf der linken Seite nutzen. Was ist die Summe von 12 und 5? Was ist die Summe von 12 und 5? Insgesamt sind es 17. Die Summe von 12 und 5 ergibt 17. Die Summe von 12 und 5 ergibt 17. Wie viele Stunden hast du gelernt? Insgesamt habe ich 10 Stunden gearbeitet. Insgesamt habe ich 10 Stunden gearbeitet. Ich habe noch nie gearbeitet. Ich habe noch nie gearbeitet. Könnten Sie mich bitte vor der Injektion informieren? Könnten Sie mich bitte vor der Injektion informieren? Lassen Sie sich natürlich von mir durch den Prozess führen. Lassen Sie sich natürlich von mir durch den Prozess führen. Ich werde den Bereich für die Injektion vorbereiten. Sind Sie bereit? Ich werde den Bereich für die Injektion vorbereiten. Sind Sie bereit? Was ist dein Lieblingstier? Was ist dein Lieblingstier? Der Hund ist treu und süß. Der Hund ist treu und süß. Panda! Ich mag ihr fröhliches Aussehen. Panda! Ich mag ihr fröhliches Aussehen. Gehen wir heute Abend essen? Gehen wir heute Abend essen? Ich bin heute Abend nicht verfügbar. Ich bin heute Abend nicht verfügbar. Natürlich! Wohin werden wir gehen? Natürlich! Wohin werden wir gehen? Wir wollen ins Kino gehen. Aber welchen Film sollen wir sehen? Wir wollen ins Kino gehen. Aber welchen Film sollen wir sehen? Was sagen meine Röntgenergebnisse? Was sagen meine Röntgenergebnisse? Was sagen meine Röntgenergebnisse? Es gibt kein Problem mit ihren Röntgenergebnissen. Es gibt kein Problem mit ihren Röntgenergebnissen. Ihr Arzt wird ihre Röntgenergebnisse auswerten. Ihr Arzt wird ihre Röntgenergebnissen auswerten. Welche Social Media Plattform nutzen sie häufiger? Welche Social Media Plattform nutzen sie häufiger? Instagram Instagram Twitter 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 Welche Fähigkeit würden sie gerne weiter verbessern? Welche Fähigkeit würden sie gerne weiter verbessern? Ich möchte meine Kochkünste weiter verbessern. Ich möchte meine Kochkünste weiter verbessern. Ich möchte meine Sprachlernfähigkeit verbessern. Ich möchte meine Sprachlernfähigkeit verbessern. Wie war das Konzert gestern Abend? Das Konzert verlief sehr gut. Das gestrige Konzert wurde abgesagt. Das gestrige Konzert wurde abgesagt. Gibt es einen Cafeteria-Garten? Leider haben wir keine Sitzgelegenheiten im Freien. Leider haben wir keine Sitzgelegenheiten im Freien. Wir haben einen Garten, eine schöne Möglichkeit im Freien. Wann beginnt ihre neue Stelle? Wann beginnt ihre neue Stelle? Ich denke, ich fange nächste Woche an. Ich denke, ich fange nächste Woche an. Sieht so aus, als ob es in zwei Wochen soweit sein wird. Sieht so aus, als ob es in zwei Wochen soweit sein wird. Welches Tier würden Sie gerne als Haustier halten? Welches Tier würden Sie gerne als Haustier halten? Ich möchte einen Hund besitzen. Ich möchte einen Hund besitzen. Ich mochte es, Katzen zu füttern. Ich mochte es, Katzen zu füttern. Wie lange wirst du arbeiten? Wie lange wirst du arbeiten? Ich werde bis zum Morgen arbeiten. Ich werde bis zum Morgen arbeiten. Ich werde bis sechs Uhr morgens arbeiten. Sind die Mitarbeiter freundlich? Sind die Mitarbeiter freundlich? Ja, das Personal ist sehr hilfsbereit. Ja, das Personal ist sehr hilfsbereit. Sie scheinen kein Interesse zu haben. Sie scheinen kein Interesse zu haben. Warum bist du erst heute gekommen? Warum bist du erst heute gekommen? Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam, als ich es lernte. Ich kam, als ich es lernte. Welche Art von Musik hörst du normalerweise? Welche Art von Musik hörst du normalerweise? Popmusik ist meine Lieblingsmusik. Sie steigert meine Energie. Popmusik ist meine Lieblingsmusik. Sie steigert meine Energie. Ich liebe Rockmusik. Der Rhythmus ist sehr schön. Ich liebe Rockmusik. Der Rhythmus ist sehr schön. Wie gehst du zur Schule? Wie gehst du zur Schule? Ich fahre mit dem Taxi zur Schule. Ich fahre mit dem Taxi zur Schule. Manchmal fahre ich mit dem Bus zur Schule. Manchmal fahre ich mit dem Bus zur Schule. Welche Art von Podcasts hörst du? Welche Art von Podcasts hörst du? Technologie und Wissenschaft Technologie und Wissenschaft Comedy Podcasts Comedy Podcasts Ist der Name ihres Bruders Michael? Ist der Name ihres Bruders Michael? Nein, der Name meines Bruders ist Tom. Nein, der Name meines Bruders ist Tom. Wirst du dieses Buch lesen? Wirst du dieses Buch lesen? Ich habe noch viel zu tun, aber ich werde trotzdem mit dem Lesen beginnen. Ich habe noch viel zu tun, aber ich werde trotzdem mit dem Lesen beginnen. Kennen Sie die Adresse der Post? Kennen Sie die Adresse der Post? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Nein, ich kenne diesen Ort nicht. Nein, ich kenne diesen Ort nicht. Welchen Kaffee sollten Sie heute probieren? Welchen Kaffee sollten Sie heute probieren? Ich möchte Americano probieren. Ich möchte Americano probieren. Vielleicht sollte ich einen Latte probieren. Vielleicht sollte ich einen Latte probieren. Müssen wir Büromaterial bestellen? Müssen wir Büromaterial bestellen? Ja, Sie sollten nicht zu spät kommen. Ja, Sie sollten nicht zu spät kommen. Bitte sofort bestellen. Bitte sofort bestellen. Ist die Teebrühezeit lang? Ist die Teebrühezeit lang? Der Tee ist sofort sehr wirfertig. Er kann nicht warten. Der Tee ist sofort sehr wirfertig. Er kann nicht warten. Leider ist die Teebrühezeit etwas lang. Leider ist die Teebrühezeit etwas lang. Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Ich schaue Filme. Ich schaue Filme. Ich höre Musik. Ich höre Musik. Ich mache Hausarbeit. Ich mache Hausarbeit. Was ist Ihr Lieblingsfilm-Genre? Was ist Ihr Lieblingsfilm-Genre? Ich liebe Science-Fiction und Filme über Außerirdische. Ich liebe Science-Fiction und Filme über Außerirdische. Komödie. Ich lache gern. Komödie. Ich lache gern. Kann ich meinen Arzt aufsuchen? Kann ich meinen Arzt aufsuchen? Ja. Haben Sie einen Termin? Ja. Haben Sie einen Termin? Leider ist der Arzt im Moment nicht erreichbar. Leider ist der Arzt im Moment nicht erreichbar. Sie müssen im Voraus bezahlen. Wie möchten Sie zahlen? Sie müssen im Voraus bezahlen. Sie müssen im Voraus bezahlen. Sie können mit Kreditkarte bezahlen. Sie können mit Kreditkarte bezahlen. Von welcher Firma sind Sie? Von welcher Firma sind Sie? Ich arbeite in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ich arbeite in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ich bin Frachtarbeiter in einem E-Commerce-Unternehmen. Ich bin Frachtarbeiter in einem E-Commerce-Unternehmen. Bestellungen werden am Tisch entgegengenommen. Bestellungen werden am Tisch entgegengenommen. Bestellungen sind an der Kasse aufzugeben. Bestellungen sind an der Kasse aufzugeben. Wird es Ihnen nach dieser Behandlung besser gehen? Wird es Ihnen nach dieser Behandlung besser gehen? Ja, mit den Medikamenten, die ich nehme, komme ich zurecht. Ja, mit den Medikamenten, die ich nehme, komme ich zurecht. Mein Arzt sagte, die Behandlung würde funktionieren. Mein Arzt sagte, die Behandlung würde funktionieren. Wo willst du morgen hingehen? Wo willst du morgen hingehen? Ich würde gerne nach Besiktas gehen. Ich würde gerne nach Besiktas gehen. Ich würde gerne zum Endspiel gehen. Ich würde gerne zum Endspiel gehen. Ich möchte zum Pokalspiel gehen. Ich möchte zum Pokalspiel gehen. Ja, Sie können mit Kreditkarte bezahlen. Ja, Sie können mit Kreditkarte bezahlen. Leider akzeptieren wir nur Bargeld. Wie lange versuchen Sie schon, Englisch zu lernen? Wie lange versuchen Sie schon, Englisch zu lernen? Ich arbeite seit drei Jahren. Ich versuche seit zehn Jahren zu lernen. Ich versuche seit zehn Jahren zu lernen. Bist du hungrig? Bist du hungrig? Ja, ich war so verrückt. Ja, ich war so verrückt. Nein, ich hatte keinen Hunger. Nein, ich hatte keinen Hunger. Wie hast du Ball gespielt? Wie hast du Ball gespielt? Früher habe ich sehr gut Ball gespielt. Früher habe ich sehr gut Ball gespielt. Ich habe mit meinen Freunden Ball gespielt. Ich habe mit meinen Freunden Ball gespielt. Ich habe einen dystopischen Roman namens 1984 fertiggestellt. Ich habe einen dystopischen Roman namens 1984 fertiggestellt. Schließlich las ich einen Kriminalroman. Schließlich las ich einen Kriminalroman. Haben Sie die Details des Projekts im Besprechungsraum besprochen? Haben Sie die Details des Projekts im Besprechungsraum besprochen? Ja, wir haben über alle wichtigen Punkte gesprochen. Ja, wir haben über alle wichtigen Punkte gesprochen. Ja, wir haben ein weiteres Treffen vereinbart, um die Details zu besprechen. Ja, wir haben ein weiteres Treffen vereinbart, um die Details zu besprechen. Hast du für die Prüfung gelernt? Hast du für die Prüfung gelernt? Eigentlich habe ich studiert, aber andererseits gibt es viele Probleme. Ich habe es versucht, aber die Themen sind sehr problematisch. Ich habe es versucht, aber die Themen sind sehr problematisch. Gibt es Rabatttage? Gibt es Rabatttage? Montag und Donnerstag sind ermäßigt. Montag und Donnerstag sind ermäßigt. An besonderen Tagen werden Rabatte gewährt. Wie sieht Ihr Wochenendplan aus? Ich denke darüber nach, wandern zu gehen. Ich denke darüber nach, wandern zu gehen. Ich werde zu Hause Filme schauen. Ich werde zu Hause Filme schauen. Was ist Ihr Lieblingsgeschmack in diesem Café? Was ist Ihr Lieblingsgeschmack in diesem Café? Ich liebe Kaffee mit Zimtgeschmack. Ich liebe Kaffee mit Zimtgeschmack. Alle Geschmacksrichtungen, die ich hier probiert habe, sind großartig, aber der Vanillelatte ist mein Favorit. Alle Geschmacksrichtungen, die ich hier probiert habe, sind großartig, aber der Vanillelatte ist mein Favorit. Was ist Ihr Lieblingsreiseziel? Was ist Ihr Lieblingsreiseziel? Die Kultur Japans hat mich schon immer fasziniert. Die Kultur Japans hat mich schon immer fasziniert. Exotische Reiseziele Südamerikas interessieren mich. Exotische Reiseziele Südamerikas interessieren mich.